Moin meine lieben Serienfreunde. Ich dachte mir, es wird vielleicht mal Zeit darüber zu sprechen, welche Amazon Original Serien ich denn am besten finde. Und deshalb kommen jetzt hier meine persönlichen Top 10 Prime Video Serien. Mein Name ist Ren und jetzt geht's los. Ja meine lieben Serienfreunde, während wir alle gespannt auf den 2. September blicken, weil dann Ringe der Macht bei Prime Video startet, gibt es natürlich bis heute auch schon jede Menge andere Serien bei Prime Video, die sich definitiv lohnen. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als hätte Amazon kaum Serien im Angebot, vor allem neue. Nun ja, ich dachte mir, lass uns doch mal über unsere Top 10 sprechen. In diesem Video erfahrt ihr meine, ihr könnt mir unten in die Kommentare gerne eure Top 10 schreiben. Aber Achtung, es gibt eine Einschränkung in meiner Liste. Ich beziehe mich in diesem Video hier wirklich nur auf Amazon Originals. Also auf Serien, die wirklich für Amazon produziert wurden und nicht in erster Linie für irgendjemand anderen. Und das schränkt die Liste definitiv ein. Aber die Liste der echten Amazon Originals habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung via Wikipedia verlinkt, damit ihr auch einen Blick reinwerfen könnt, was denn wirklich eigentlich eine Amazon Originals Serie ist. Und ihr euch nicht wundern müsst, warum ich eventuell bestimmte Serien hier nicht erwähne. Kommen wir zu Platz Nummer 10. Den hat bei mir Hunters inne. Das ist das Amazon Original aus dem Jahre 2020, was uns mit in die 70er Jahre nimmt, wo ein junger Mann ja miterleben muss, wie seine Holocaust-überlebende Großmutter umgebracht wird. Und daraufhin schließt er sich einer Gruppe von Nazi-Jägern an. Denn in den 70er Jahren, und das basiert auf wahren Ereignissen, haben sich so einige ehemalige Nazis oder immer noch Nazis in den USA niedergelassen, um, sagen wir, der Entfolgung zu entgehen. Doch die Nazi-Jäger sehen das gar nicht ein und deswegen machen sie Jagd auf die Nazis. Ich persönlich mochte diese Serie in der ersten Staffel, wobei eigentlich irgendwann bald mal eine zweite Staffel kommen müsste. Die erste Staffel ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment, vor allem, weil es immer mal wieder so Situationen gibt, wo es schon sehr grenzwertig ist, wie man hier etwas darstellt. Und doch macht sie einfach unheimlich Spaß und regt auch so ein bisschen zum Denken an und passt auch irgendwie in die heutige Zeit. Hunters hat bei mir einfach einen Eindruck hinterlassen und deshalb ist diese Serie bei mir auf Platz 10. Wer Serienflash schon länger verfolgt, weiß, ich bin in Film- und Serienform ein großer Fan von grenzwertigen Machos. Von Kerlen, die manchmal ein bisschen hart daherkommen und trotzdem irgendwie ein weiches Herz haben. So zum Beispiel ja auch irgendwie Reacher, aber eben auch Bosch. Bosch, die langlebigste Amazon Original Serie, ist bei mir auf Platz 9. Für mich eventuell trotzdem eine der besten Ermittlerserien grundsätzlich auf dem Markt. Bosch hat insgesamt sieben Staffeln und wird jetzt auch mit Bosch Legacy sogar noch fortgeführt, allerdings beim Amazon-Streaming-Anbieter Freewee, der irgendwann im Laufe des Jahres hier in Deutschland starten soll. Die Originalserie Bosch ist mit sieben Staffeln zu Ende gegangen und erzählte uns im Grunde von einem ehemaligen Waisenjungen, der mittlerweile als Polizist arbeitet und die Grenzen des Gesetzes doch gerne immer wieder austestet. Vor allem, weil er nun mal auch ja nicht unbedingt das leichteste Leben hinter sich hat und deshalb immer recht als Einzelgänger agiert und dabei eben Grenzen überschreitet. Und vor allem immer, man könnte sagen, seinem Bauchgefühl folgt und versucht, irgendwie Fakten nachzuweisen, dass sein Bauchgefühl stimmt. Und das ist manchmal wirklich ein bisschen hart, aber einfach geil gespielt und die einzelnen Fälle sind wirklich gut ausgewählt, so dass die Serie nicht nur durch den Hauptdarsteller einfach unglaublich viel Spaß macht. Bosch, die komplette Serie also bei mir auf Platz 9 und wer sich jetzt fragt, was denn mit Reacher oder Jack Ryan, die beiden Serien haben es wirklich knapp nicht in meine Top 10 geschafft. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass Jack Ryan Staffel 2 mir nicht mehr so gefallen hat und Jack Reacher mit der ersten Staffel zwar gut war, aber ich auch schon viel, viel Besseres gesehen habe. Und trotzdem Reacher enorm mag. Fast hätte es die wirklich charmante Serie Red Oaks in meine Top 10 geschafft, aber eine andere charmante Serie finde ich dann doch persönlich noch besser, nämlich The Marvelous Mrs. Maisel. Im kommenden Jahr wird uns das große Finale mit der fünften Staffel erwarten, doch bis dahin kann man schon sagen, dass die ersten vier Staffeln wirklich einfach zauberhaft sind. Und wenn das ein Mann sagt, klingt das vielleicht komisch, aber trotzdem ist dem so. The Marvelous Mrs. Maisel nimmt uns mit in die 50er Jahre und erzählt uns von einer Frau, die in der Upper West Side lebt mit Mann und zwei Kindern. Doch dann geht ihr Mann fremd und irgendwie trennen die sich dann. Und sie muss herausfinden, wer sie in den 50er Jahren sein will. Will sie einfach nur die Hausfrau sein oder will sie vielleicht ihr in sich schlummerndes Talent nutzen? Denn sie beginnt Stand-Up-Comedy zu praktizieren. Und das als Frau in den 50er Jahren, was definitiv nicht einfach ist, auch heute immer noch nicht. The Marvelous Mrs. Maisel ist nicht nur charmant, Nein, The Marvelous Mrs. Maisel baut auf humorvolle Art und Weise auch immer wieder sehr gesellschaftskritische Themen ein, was mir persönlich bei Serien und Filmen immer sehr gut gefällt, wenn man es denn gut macht. Und das hat man bei The Marvelous Mrs. Maisel geschafft. Vor allem aber auch, weil der Cast so unglaublich gut ist. Macht diese Serie einfach Spaß. Platz 8 also für The Marvelous Mrs. Maisel. Gerade eben habe ich noch von harten, grenzwertigen Kerlen gesprochen. Und in eine ähnliche Kategorie kann man wohl auch meinen Platz 7 einordnen, nämlich die Serie Goliath. Mit insgesamt vier Staffeln erzählt man uns in Goliath von einem Anwalt, gespielt von Billy Bob Thornton, der sich immer wieder mit Goliaths anlegt. Also mit großen Gegnern, wo er als Einzelperson kaum was gegen anrichten kann. Oder vielleicht eben doch. Ich bin kein großer Fan mehr von der vierten Staffel. Die dritte war auch nur noch so Medium. Aber das Grundkonzept und einfach Billy Bob Thornton hat mir so viel Spaß gemacht, dass diese Serie Platz 7 definitiv verdient hat. Und das sogar noch vor The Marvelous Mrs. Maisel. Was aber einfach daran liegt, dass ich The Marvelous Mrs. Maisel als eine sehr charmante Serie empfinde. Aber mir Goliath durch den Charakter von Billy, gespielt von Billy Bob Thornton, nochmal mehr Spannung gibt. Wisst ihr, was ich meine? Marvelous Mrs. Maisel ist so eine charmante Serie für nebenbei, für sich gut fühlen. Aber Goliath ist etwas, was man dann wegen der Person auch einfach so irgendwie grenzwertig geil findet. Vor allem aber auch, ich bin ein großer Fan von der Serie Californication. Und ich mag es, wenn man einem Charakter, nein anders, wenn man dem Darsteller, den Charakter abkauft. Und so ist es auch bei Billy Bob Thornton. Man kauft ihm ab, dass er ein Typ ist, der an der Flasche hängt und der eigentlich vernünftig sein kann, aber irgendwie seine Probleme die ganze Zeit auf seiner Schulter mit sich trägt. Und das verkörpert Billy Bob Thornton in Goliath einfach großartig. Und deswegen liebe ich diese Serie einfach. Das macht einfach, das gibt so einen gewissen Reiz und deshalb habe ich die Serie einfach immer gerne verfolgt. Vier Staffeln, Goliath bei mir auf Platz sieben. Einige werden sicherlich meinen Platz Nr. 6 sehr kritisch beäugen. Denn auf Platz Nr. 6 ist bei mir Carnival Row. Die Serie, die irgendwann in diesem Jahr endlich mal fortgesetzt werden wird, hat bei mir trotz der nur acht Episoden in der ersten Staffel irgendetwas hinterlassen, weshalb ich die Serie nach wie vor sehr gerne schaue. Ich habe die mittlerweile dreimal gesehen und ich kann euch noch nicht mal so hundertprozentig sagen, warum. Vielleicht mag ich das Setting, vielleicht mag ich aber auch einfach nur das Potenzial in der Serie. Es ist nicht die beste Amazon Original Serie, jedenfalls nicht von der Erzählung. Aber hier geht es um meine Top Ten. Und warum muss ich mich rechtfertigen? Ich muss mich gar nicht rechtfertigen. Auf Platz 6 ist bei mir Carnival Row. Eine Fantasy Serie mit unter anderem Orlando Bloom. Und der spielt hier einen Typen in einer neo-vegetorianischen Welt, wo Menschen mit Fantasiewesen zusammenleben. Allerdings ein bisschen gezwungenermaßen. Eher so, als würde man Flüchtlinge in seine Stadt lassen und die dann aber in einem Bezirk einsperren. So in etwa ist die Welt von Carnival Row. Und mittendrin befinden sich eben zwei Personen, die sich dort wiederfinden und denen eine Liebesgeschichte in der Vergangenheit nachhängt, könnte man sagen. Carnival Row ist in einem Fantasy-Setting fast schon eher eine Serie über Rassismus als über Fantasy-Themen, wo es um irgendwelche magischen Dinge geht. Das ist zwar hier auch Thema, aber irgendwie nicht so fokussiert, wie ich mir das vielleicht ursprünglich gewünscht hätte. Und doch, wie gesagt, ist diese Serie bei mir auf Platz 6. Denn ich mag einfach, glaube ich, diesen Vibe, diese Art der Serie und hoffe so sehr, dass Staffel 2 mehr Menschen da draußen überzeugen werden wird. Carnival Row, was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne und raten. Ich weiß, das ist ein kritischer Fall, wenn es um Top-Ten-Serien geht. Aber irgendwie, irgendwie habe ich bei meiner Auswahl, die stand da die ganze Zeit und ich dachte mir, boah, die muss ich reinnehmen. Und wo packe ich sie hin? Finde ich sie wirklich besser als Marvel's Mrs. Maisel oder Goliath? Oder Bosch? Und ich habe mich entschieden, ja. Auf Platz Nummer 5 ist bei mir The Expanse. Die Science-Fiction-Serie stammt ursprünglich von Sci-Fi, wurde dort aber dann abgesetzt und danach übernahm Amazon. Auch wenn die Serie seitdem schlechter wurde. Nichtsdestotrotz zählt sie für mich zu einer der besten Science-Fiction-Serien der letzten 10 Jahre. Vor allem, wenn es darum geht, uns Weltraum-Stories zu erzählen. The Expanse erzählt uns von einer Zukunft in 200 Jahren, wo die Menschheit mittlerweile das Sonnensystem besiedelt hat und sich mittlerweile nicht mehr so gegeneinander mag. Wie ein, auf der Erde, der Mars und dann noch welche, die im sogenannten Gürtel leben. Es gibt also sozusagen drei Parteien, die sich nicht so ganz wohlgesonnen sind und wir inmitten dieser Szenerie eine Crew, eine wild zusammengewürfelte Crew erleben, die eventuell wichtig für das Schicksal des Universums sind. Für mich ist The Expanse einfach eine Science-Fiction-Serie, die weiß zu unterhalten, aber auch weiß, wie man eine gute Story erzählt. Liegt vielleicht daran, dass man sich hier auf bereits geschriebene Romane ja beziehen konnte, aber ich mochte diesen oder ich mag nach wie vor diesen gesamten Vibe, auch wenn mich das Finale der sechsten Staffel ein bisschen ratlos und unglücklich zurückgelassen hat. The Expanse dennoch auf Platz 5. Auf Platz 4, und einige werden gleich sagen, nur auf Platz 4, ist bei mir die zurecht gehypte Serie Invincible. Die Animationsserie basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe und erzählt von einem Teenager, dessen Vater der wohl stärkste und berühmteste Superheld der Erde ist. Und auch er hat Superkräfte und muss in seiner ersten Staffel versuchen zu erfahren, kennenzulernen, was er denn eigentlich so drauf hat und wer er als Superheld sein kann, aber auch sein will. Und dabei muss er sich mit ungeahnten Gegnern auseinandersetzen. Für mich ist Invincible, wie wohl für viele, eine gelungene Animations-Superhelden-Serie, weil man hier eben nicht davor zurückschreckt, auch die brutale Seite des Superhelden-Daseins zu zeigen. Für mich Invincible auf Platz 4. Und damit kommen wir natürlich auch schon zu Platz 3. Und hier ist die andere Superhelden-Serie von Amazon Prime Video gelandet, nämlich The Boys. Das wird auch den ein oder anderen verwundern, warum das nicht auf Platz 1 ist. Aber ja, kurzfristig stand The Boys bei mir auf Platz 1. Doch dann habe ich entschieden, ne, die anderen zwei Serien sind bei mir ganz privat besser gelistet. Platz 3 ist The Boys. Die Serie, die ebenfalls auf einer Comic-Reihe basiert, erzählt uns letztendlich von den Boys, nicht Superhelden, die sich mit Superhelden anlegen. Unter anderem den Seven, denn die sind nicht so Superhelden, wie sie nach außen hin scheinen. Nein, sie sind hinter den Kulissen teilweise ziemlich arrogant, brutal und scheißen auf jegliche Konsequenz. Sie tun alles nur für sich und müssen aufgehalten werden. Die Serie wurde oder wird vor allem wohl dadurch gehypt oder deshalb gehypt, weil man sich ihr ebenfalls nicht zurückhält. Man zeigt Mord, man zeigt grausame Momente, man sagt aber auch gerne mal Fuck oder andere, ja, böse Worte. The Boys ist eine Serie, die die Grenzen des Superhelden-Franchises, ja, austestet und überschreitet. Und wenn etwas etwas überschreitet, ist es ja meistens so, dass Leute irgendwie getriggert sind und es vielleicht abschreckend, abstoßend finden, aber gleichzeitig irgendwie auch geil. Und so ist es bei The Boys. Und deshalb freue ich mich jetzt schon auf die dritte Staffel, die ja bald starten soll. Also, The Boys, bei mir auf Platz 3. Jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht, was ist denn jetzt auf Platz 2? Die Antwort, die folgt jetzt. Bei mir ist auf Platz 2 die irgendwie längst vergessene Serie The Man in the High Castle. Basierend auf einem Roman erzählt man uns in der Serie von den 60er Jahren, allerdings in einer fiktiven Welt, wo der Zweite Weltkrieg durch die Nazis und die Japaner entschieden wurde. Und somit die USA mittlerweile zweigeteilt ist. Der eine Sektor gehört den Japanern, der andere Sektor den Nazis. Und während man uns mit der Serie zeigt, wie es eventuell wäre, hätten die Nazis einst gewonnen, erleben wir im Fokus der Serie eine junge Frau, die sich plötzlich als Rebellin wiederfindet gegen die Nazis. Denn es machen ein paar Filmrollen die Runde, die eine bessere Welt, eine nazifreie Welt zeigen. Doch was hat es damit auf sich? Sie versucht, dies herauszufinden. Und es entsteht eine Science-Fiction-Parallelwelt-Story, die ab dem Moment spannend wird, wo diese Parallelwelt-Thematik aufkommt. Das ist für den einen oder anderen jetzt ein Spoiler, aber vielleicht habt ihr damals die Serie abgeschaltet, weil ihr gedacht habt, boah, so eine Nazi-Serie, hab ich ja gar keinen Bock drauf. Genau wie ich damals fast. Und ihr schaltet da jetzt vielleicht mal wieder rein, wo ihr hört, ey, da geht's um Parallelwelten. Denn diese Serie ist viel mehr als nur eine Nazi-Serie. Und wie der Verlauf der Story nachher ist, macht das wirklich Spaß. Es unterhält. Auch wenn man das Finale hätte besser machen können, mag ich die Serie nach wie vor. Für mich ist das eine der herausragendsten, spannendsten und aber auch besten Amazon-Original-Serien bis heute. Hier hat man sich nicht nur Dinge getraut, sondern auch einfach mal gemacht und eine Qualität reingebracht von einer Amazon-Serie, die wir vorher noch nicht so oft zu sehen bekommen haben. Für mich ist The Man in the High Castle also zu Recht auf Platz 2. Aber es ist ja nur mein Platz 2. Äh, und was jetzt auf Platz 1? Hör ich euch doch jetzt sehr, sehr laut denken. Naja, auf Platz 1 ist zumindest schon mal nicht Outer Range. Fand, irgendwie, irgendwie wussten die nicht, wo sie hinwollen. Rat der Zeit ist es auch nicht. Es ist aber auch nicht Upload. Oder es ist auch nicht Red Oaks. Es ist auch nicht Too Old to Die Young. Es ist aber auch nicht sowas wie Hannah oder Homecoming. Nein, es ist eine längst vergessene Serie aus dem Jahre 2017, die leider nach einer Staffel abgesetzt wurde und doch als Miniserie gelten kann. Eine Serie, die auf einem nie fertiggestellten Roman basiert. Eine Serie, die sogar schon einmal als Film mit Robert De Niro umgesetzt wurde. Eine Serie mit Matt Bormer in der Hauptrolle. The Last Tycoon. Ich mag ja Serien und Filme hinter den Kulissen von Hollywood. Und wenn man uns dann auch noch mit Matt Bormer in die 30er Jahre vom goldenen Hollywood mit in der Zeit zurücknimmt, uns dort zeigt, wie die Weltwirtschaftskrise auf Hollywood Druck machte und ein aufstrebender Filmproduzent alles dafür versucht, seinen Traumfilm umzusetzen, dann hasste mich halt. Dann hasste mich. In The Last Tycoon geht es um Monroe Star, einen erfolgreichen, aufstrebenden Filmproduzenten, der im Studio seines, man könnte sagen, Ziehvaters arbeitet. Und die beiden, die sich nicht immer einig sind, vor allem weil Nazis mittlerweile ein bisschen mitreden wollen in Hollywood und das Studio kurz vor dem Bankrott steht, schaffen sie es irgendwie, Filme umzusetzen. Und Monroe Star versucht seinen Träumen nachzugehen und verliert sich dabei teilweise in seiner Arroganz, aber teilweise auch in seinen Emotionen. Und das Ganze ist ein Mix aus Krimi, Drama, gepaart mit Hollywood Charme, der in der Konstellation des Castes, des Settings, der Kostüme, der Handlung einfach echt, echt schön ist. The Last Tycoon ist bei mir auf Platz 1. Und wenn ihr die Serie bis heute nicht geschaut habt, aber auf so Serien hinter den Kulissen in Hollywood und so steht, dann solltet ihr euch diese wirklich gelungene Serie anschauen. The Last Tycoon bei Prime Video und damit sind wir durch. Das waren meine Top 10 Amazon Original Serien. Eure Top 10 könnt ihr jetzt da unten reinschreiben. Aber hey, um es uns allen einfacher zu machen, checkt erst in meiner Liste, ob es sich bei eurer Serie wirklich um eine Amazon Original Serie handelt oder steht da nur Original drauf oder Exclusive. Ich möchte hier wirklich nur über die Top 10 sprechen, die Amazon selbst beauftragt hat. Denn sonst wäre meine Liste eine ganz andere. Da wäre nämlich zum Beispiel auch Absenture drin, aber Absenture ist im Original eine AXN-Produktion. Ja, ist alles nicht so einfach mit den Originals. Leute, das war es mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wieso auch trotzdem, ne? Hat es euch gefallen? Bis dahin. Cheerio. Bis dahin.